Ich grüße Sie alle ganz herzlich aus meinem Homeoffice, in dem ich mich jetzt schon seit einigen Wochen befinde. Und mir ist einfach noch mal in der aktuellen Corona-Pandemie-Zeit sehr bewusst geworden, wie dankbar ich dafür bin, dass ich an den Düsseldorfer Chefentlastungskonferenztagen im vergangenen Herbst 2019 mit Claudia Marbach und in Zusammenarbeit mit Thomas Leonard teilnehmen durfte. Dort habe ich sehr viele praxisnahe Tipps mitbekommen und auch noch mal Informationen zu Tools, die man in der digitalen Arbeit nutzen kann und bin direkt auch dann zu Hause angekommen, in die Umsetzung gestartet. Und ich merke einfach, dass jetzt mit Start von Corona die Umstellung meiner Bürotätigkeit in unserem Firmensitz jetzt hier im Homeoffice sehr, sehr leicht gefallen ist und dass ich dankbar bin, dass ich da frühzeitig entsprechende Fortbildungsmaßnahmen gemacht habe. Ich kann Ihnen nur raten, setzen Sie die Prozesse um auf Digitalisierung 4.0 und informieren Sie sich gerne auch auf der Homepage von Claudia Marbach. Ich kann Ihnen das Seminar nur wärmstens empfehlen. Wir haben mit Witz, Charme und intensiven Stunden gearbeitet und ich bin sehr motiviert nach Hause gereist. Und ich freue mich, Frau Marbach, wenn wir uns im Herbst 2020 hoffentlich dann wiedersehen können, um an weiteren Themen zu arbeiten und die jetzigen noch mal zu intensivieren. Herzliche Grüße und für Sie alles Gute!